Live aus Wiesbaden, Shoki Banoki Late Night. Alle wären gern Chuck Norris. Chuck Norris wäre gern wie Christian und Sascha. Hier kommt Shoki Banoki Late Night. Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit dem 30-Sekunden-Battle und wir legen direkt los, Buchstaben zählen, Daniel fängt an, es geht los. Oh, meine Uhr hat schlapp gemacht jetzt. Und es geht los mit dem Wort Tarantino. Falsch, neun. Tarantino, neun. Ja, schade. Also, ich fand es super. Ja, das 30-Sekunden-Battle hat jetzt ungefähr 5 Sekunden gedauert, aber Daniel, wir machen demnächst mal ein anderes 30-Sekunden-Battle für dich, okay? Können wir nochmal einen Bud Spencer-Buzzle machen? Ja, ich sag, tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten 30-Sekunden-Battle. Coole. Ja, find der gute Christian. Das war gut fest. Das war Shoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.